Fünf Gründe, warum Fidget Spinner so richtig abdrehen. Diese kleinen Dinger sind echt überall. In der Bahn, auf der Straße oder im Büro. Doch was soll das? Angeblich können die Spinner dabei helfen, sich besser zu konzentrieren. Während alle nutzlosen Gedanken quasi auf das Spielzeug übertragen werden, kann man sich mit dem Rest stärker auf die eigentlichen Aufgaben fokussieren. Na, wer's glaubt. Kugelschreiber klicken ist auf alle Fälle nerviger. Und nervenstresst. Wer zu viel Stress aufbaut, läuft Gefahr, diesen durch Impulsreaktionen abzubauen. Soll heißen, unter Umständen bekommen die Kollegen was ab. Besser ist da ein Fidget Spinner. Sogar in der Schule kann das Gimmick helfen. Laut Studien können die Spinner eine positive Wirkung auf Kinder haben. Insbesondere auf die mit ADHS. Und dabei waren die letzten großen Trends immer digital. Allen voran Pokémon Go. Da ist es doch sehr erfrischend, dass die Spinner mal ein haptisches Spielzeug sind. Und trotzdem, oder gerade deswegen so gut ankommen. Und ja, auch wenn wir uns irgendwie dagegen sträuben, sind die kleinen Dinger schon ziemlich cool. In Amerika wurden allein im April 20 Millionen Spinner ausgeliefert. Die spinnen doch alle.